Was geht YouTube damit? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und dieses Mal geht es um den 33. Spieltag der 3. Liga und ich würde sagen, wir legen auch sofort los mit dem ersten Spiel, dem Freitagabendspiel zwischen dem MSV Duisburg und dem SV Waldhof Mannheim und es war im Prinzip die letzte Chance für den MSV Duisburg wirklich noch dieses kleine bisschen Resthoffnung zu behalten, indem man Waldhof Mannheim zu Hause schlägt und dann eben nur noch 5 Punkte auf die Rückstand hätte, beziehungsweise durch das schlechtere Torverhältnis müsste man dann 6 Punkte noch aufholen in 5 Spielen. Das wäre theoretisch möglich gewesen, aber man hat eben trotz einer eigentlich guten Leistung in der ersten Halbzeit am Ende wieder nur 1 zu 1 gespielt. Man hat im Vergleich zur Vorwoche diesmal umgestellt auf ein 4-1-4-1-System. Das ist dem MSV auf jeden Fall deutlich besser zugekommen, gerade durch die Hereinnahme wieder von Michel Brink war man im Mittelfeld deutlich spielstärker. Auch beispielsweise ein Thomas Pledel ist da deutlich besser in Aktion reingekommen und insgesamt war das viel, viel stimmiger, einfach im eigenen Ballbesitz bei MSV Duisburg. Dementsprechend konnte man sich auch die eine oder andere wirklich gefährliche Szene erspielen. So auch beispielsweise nach knapp 10 Minuten die erste Riesenchance für Pledel, bei dem Hanin im Tor allerdings den Winkel, beziehungsweise das Tor auch sehr, sehr gut verkürzt, indem er da nach vorne prescht. Und ja, so war es ein Spiel, bei dem der MSV Duisburg gut nach vorne gespielt hat, aber irgendwie nicht so das erste Tor fallen wollte, bis dann ja einfach ein Freistoß reingechippt wird sozusagen, also einfach ein unterschnittener Ball rein Richtung 16er und Beuth köpft den Ball dann Richtung eigenes Tor. Der Ball springt ein bisschen zu tief ab, glaube ich, aus Sicht des Teuters. Der hat damit nicht so ganz gerechnet, kriegt dann nicht mehr ganz die Hand dahinter und der Ball geht rein. Und dann war es allerdings für mich auch irgendwo klar beim MSV Duisburg, dass sie dieses Tempo nicht so ganz halten werden können innerhalb des Spiels. Und man weiß ja auch, die zweite Halbzeit, also die Antwerpen-Halbzeit, die kam ja erst, denn ja, trotz der guten Serie von Waldhof Mannheim jetzt mit diesem Spiel eingerechnet, sechs Spiele, 14 Punkte, ist es ja immer wieder so, dass die erste Halbzeit bei Waldhof Mannheim nicht allzu stark ist und dass man dann in der zweiten auftritt. Und so war es dann auch ein wenig so in diesem Spiel, auch wenn die zweite Halbzeit jetzt nicht überragend gut war, aber sie war auf jeden Fall deutlich besser als in der ersten. Man hat deutlich besseren Zugriff auf Duisburg bekommen, die dann nachher auch so konditionell wieder ein paar Probleme hatten, ähnlich wie auch in Essen, als dann die Tore nur eine Frage der Zeit waren. Und ja, dann hat Mannheim wirklich ein deutlich besseres Spiel gemacht in der zweiten Halbzeit, ist dann auch zum Ausgleich gekommen bei einer etwas unglücklichen Szene, dass da der Praller an der Flanke dann direkt bei Wagner landet. Und dessen Schuss wäre, das kann man sehr gut aus der Perspektive sehen, die genau Richtung Tor schaut, also praktisch so aus der Mittellinie gefühlt gefilmt, von der Mittellinie, von der Kamera, ist es dann so, dass man da deutlich sieht, dass auch schon der Schuss von Wagner drin gewesen wäre. Fleckstein fällt ihm im Endeffekt ins eigene Tor ab. Ja, dementsprechend auch ein Eigentor an der Stelle und 1 zu 1. Duisburg hat dann auf jeden Fall versucht, dann irgendwie vielleicht doch noch was hinzubekommen. Offensiv ist ihm da nicht allzu viel gelungen, muss man ganz ehrlich sagen. Und Mannheim wiederum hat, besonders in Person von Abifade bzw. Arase, den ich an erster Stelle nennen würde, ja, er ist immer wieder verpasst, die Konter gut auszuspielen, er hat immer wieder die Bälle vertändelt. Also es war, der Sieg war für Waldhof Mannheim eigentlich auch der Silbertablett, aber man hat es nicht genutzt. Dementsprechend hat man sich da jetzt noch nicht endgültig befreien können, aber man hat eben einen Kandidaten oder einen Abstiegskonkurrenten auf jeden Fall auf Distanz gehalten mit dem MSU Duisburg, der jetzt auch für mich wirklich endgültig abgestiegen ist. Für mich noch, ja, ernennenswert die Leistung von Maximilian Braun im Tor, der wirklich, ja, sehr gut gespielt hat und mich so ein bisschen daran bestätigt hat, was ich in dem Duisburg-Video neulich angesprochen hatte, nämlich, dass er der einfach deutlich bessere und deutlich beweglichere Torhüter im Vergleich zu Vincent Müller ist. Also ich glaube, den hat an dem Tag in Duisburg niemand vermisst im Tor. Ja, insgesamt hat es dann aber einfach nicht gereicht und dementsprechend steht dann am Ende auch der verdiente Abstieg auf jeden Fall aus, ja, für die Duisburger. Ähnlich wird es dann im Endeffekt beim Halleschen FC sein, auch da glaube ich nicht mehr an eine Rettung, denn, ja, das haben wir jetzt wirklich nicht zum ersten Mal in dieser Saison, dass man eine 2-0-Führung noch aus den Händen gibt. Ich glaube, das war jetzt das dritte bis vierte Mal. Ich kann mich da noch auf jeden Fall an das eine Mal in Essen erinnern, als man auch 2-0 geführt hat und 3-2 noch dann verlor. Auch hier in einem Spiel, in dem eigentlich gar nicht so viel passierte, stand es dann auf einmal kurz nach der Halbzeit 2-0 für Halle, also eigentlich alles in die eigenen Wege geleitet, um dann den Ausdeckstieg zu feiern. Und dann ist es erst eine Standardsituation, mit der man dann das erste Gegentor bekommt. Und dann, ja, ist es im Prinzip da hingegangen, auch wenn der Elfmeter, ja, einigermaßen fragwürdig war. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, das war im Prinzip egal, was da in dem Spiel noch passierte. Irgendwie hätte Halle das noch vergeben, die drei Punkte. Denn es ist das, was, ja, immer wieder auffällig war in dieser Saison. Offensiv hat man die Mittel, um Tore zu schießen, in Form von Dominik Baumann im Sturm oder dem Dreier-Mittelfeld dahinter mit Halimi, Gayret und Dennis. Da ist immer wieder, ja, Offensivqualität vorhanden. Aber da, ja, in der Defensive, egal in welcher Konstellation, auch mit dem Brian Behren, den man im Winter noch verpflichtet hat, es reicht einfach nicht. Man vergibt immer wieder Vorsprünge, so auch vor ein paar Wochen gegen Freiburg 2 zu Hause. Und ich glaube, dass diese beiden Spiele, jetzt Viktoria Köln und Freiburg 2, das sind im Endeffekt auch die Spiele, die die Saison von dem Halleschen FC definieren werden und dafür sorgen werden, dass sie eben einfach zu wenig Punkte holen und am Ende als 17. denke ich auch absteigen werden. Ja, kommen wir dann zum praktisch letzten Team, was noch so im Abstiegskampf verblieben ist, nämlich Arminia Bielefeld. Die haben, ja, einen weiteren Punkt geholt und wie wir später auch sehen werden, einen mathematisch wichtigen Punkt in der Tabelle gegen RWE in einem Spiel, das relativ ereignisarm war, sind sie dann in der 32. Minute in Führung gegangen durch einen guten Chipball über die Abwehr von Oppi, durch den Momolu dann, ja, in Anführungsstrichen durch ist, beziehungsweise noch an den Ball kommt vor dem Aus, den Ball in die Mitte bringt und Putaro setzt sich da gegen Brumme durch, kommt da vor dem Verteidiger und schließt dann ins lange Eck ab. Das war so eine relativ schmeichelhafte Führung bis dahin, denn eigentlich war in dem Spiel bis dahin überhaupt nichts, ja. Also es hat sich überhaupt nicht angedeutet, dass da ein Tor fallen könnte. Für mich da sehr, sehr auffällig, gerade, Bielefeld, die versucht haben, sehr, sehr passiv zu spielen, also mit viel Ballbesitz und, ja, wenig nach vorne gespielt, also eher so auf Kontrolle bedacht. Ich kann persönlich auch sehr gut verstehen, weshalb viele Bielefelder sich von dieser Art von Fußball überhaupt nicht abgeholt fühlen, weil es häufiger der Fall war, dass zum Beispiel Corbos dann im Zentrum eigentlich freigespielt wird, die Möglichkeit hätte, aufzudrehen nach vorne und dann ist der erste Blick wirklich wieder nach hinten und dann wird erstmal der Ball zurückgespielt, beziehungsweise er läuft sogar erstmal ein Stück nach hinten und spielt dann wieder zum Innenverteidiger. Und das hat man wirklich mehrmals gesehen, dass man da wirklich das Risiko absolut minimiert hat, obwohl die Essener teilweise gar nicht so stark angelaufen haben, also man da wirklich genug Platz eigentlich hatte. Aber, ja, man hat es dann sehr, sehr kontrolliert versucht zu lösen, also wirklich kein schönes Spiel gewesen von beiden Seiten. Und in der zweiten Halbzeit hat das Spiel dann so ein ganz klein wenig Fahrt aufgenommen. Es gab eine riesen Chance nach einer Standardsituation für Schneider, der den Ball auf jeden Fall reinmachen muss. Aber, ja, auf diese Kurve, auf die Bielefelder Kurve, schafft es Bielefeld im Jahr 2024 einfach kein Tor zu schießen, egal wie groß die Chance da ist. Und, ja, so war es dann RWE, die dann über eine gute Kombination von Obos und Kaiser, dann am zweiten Pfosten, ja, findet dann Kaiser Harenbrock, der dann abschließt. Und, ja, für mich auch schwierig zu halten für Kersken, weil der Schuss dann doch relativ flach ist, da so die Hand davor zu bekommen, dass man den Ball um den Pfosten denkt. War auf jeden Fall nicht einfach. War dann das 1 zu 1. Und, ja, RWE hatte dann noch eine riesen Chance durch Obos, der sich dadurch gegen fünf Leute, glaube ich, slalom-mäßig im Dribbling, ja, durchsetzt. Also das wäre auf jeden Fall ein wunderschönes Tor geworden. Aber, ja, entscheidet sich dann für die falsche Ecke, muss von sich aus gesehen rechte Eck abschließen, schießt ins Linke, dadurch kommt Landert noch dazwischen. Und im Endeffekt viel mehr war in dem Spiel dann eigentlich auch gar nicht mehr drin. Deswegen ist es eine gerechte Punkteteilung, mit der, so wie das Spiel gelaufen ist, eigentlich beide Mannschaften auch einigermaßen nehmen können. Da muss sich vielleicht Bielefeld aufgrund der einen Riesenchance noch ein bisschen mehr ärgern. Aber aufgrund der besseren zweiten Halbzeit von RWE, finde ich, geht der Punkt auch in Ordnung. Und ich denke, auch die können auswärts grundsätzlich damit leben. Und ich denke, da muss man jetzt auch nicht jeden Spieltag immer drauf schauen, ja, jetzt hat man ein bisschen Boden nach oben vielleicht verloren oder nicht. Ich denke, das ist, ja, unterm Strich einfach ein Punkt in Bielefeld. Und der ging unter den Umständen, wie das Spiel gelaufen ist, auch, denke ich, absolut in Ordnung, auch für RWE. Ja, kommen wir dann zum nächsten Spiel und so ein bisschen zur Mannschaft der Stunde, nämlich dem 1. FC Saarbrücken, die jetzt innerhalb einer Woche drei Spiele in Folge gewonnen haben. Jetzt nach dem, auch dem 2 zu 1 unter der Woche gegen Haching, jetzt mit dem 4 zu 1 gegen Sandhausen. Und ja, auch das Spiel, so ein bisschen Spiegelbild der Saison für beide Teams in gewisser Hinsicht, nämlich für Sandhausen, dass eine einzelne Führung für sie absolut nichts zu bedeuten hat. Das war schon in der gesamten Saison so, sowohl unter Dani Geim als auch unter dem Nachfolger Jens Keller. Egal, ob mit 3er, 5er, 4er Kette, ja, man ist einfach defensiv immer anfällig, ist da ein bisschen so aus dem Nichts eigentlich auch in Führung gegangen. Hatte sich jetzt nicht wirklich angedeutet, dass da noch ein Tor fällt in der Halbzeit. Und nach der Halbzeit geht man dann sehr, sehr unglücklich in Rückstand, beziehungsweise kassiert den Ausgleich erstmal, weil es ein abgefälschter Schuss ist und laut Rafati auch in der Szene ein Foul war. Also es war schon sehr, sehr unglücklich, dass man da den Ausgleich kassiert. Aber wie man dann die Kopfbälle verteidigt hat, also die Flanken, das war schon wirklich teilweise amateurhaft, gerade auch bei dem 4 zu 1, dass da drei Leute gegen Knipping praktisch in das Kopfballduell gehen können von Saarbrücken, dass da so der Strafraum, der eigene Strafraum überladen wird und man selbst nichts dagegen tut. Das war schon sehr, sehr schwach, einfach verteidigt. Und bei Saarbrücken, was ich eben letzte Woche angesprochen habe, weshalb ich sie ja nicht als den Top-Kandidaten da oben sehe für den Ausstieg, weshalb ich nicht glaube, dass sie in den Top 3 landen, ist einfach, weil sie sehr, sehr davon abhängig sind einfach, dass solche Flanken, vor allem von Rizzuto häufig, dass die dann ja einen Abnehmer in der Mitte finden, dass man sich darüber Chancen erarbeitet. Spielerisch ist das meistens ein bisschen zu mau. In dem Spiel aber, wie gesagt, durch die schwache Verteidigung von Sandhausen, war es dann für Saarbrücken relativ einfach, dann besonders in Person von Luka Kerber, der seinen Wechsel zu Heidenheim bekannt gegeben hat. Ja, dann da einzunetzen per Kopf sagt sehr, sehr viel aus, dass man dann innerhalb von zehn Minuten wirklich drei Gegentore per Kopf kriegt für Sandhausen. Und ja, die habe ich ja nicht umsonst in den letzten Wochen auch immer exkludiert aus dem Ausstiegsrennen. Und für mich bleibt es auch dabei, während Saarbrücken auf jeden Fall die Chance hat, dann jetzt auch diese Lücke zu nutzen, die die Teams da vorne, die alle nicht wirklich gut in Form sind, die die so ein bisschen hinterlassen. Denn wir haben es ja in dieser Saison schon mit mehreren Teams erlebt, dass man solche Siegesserien eine gewisse Zeit fortführen kann. RWE fünf Siege, Münster sieben Siege und Jan Regensburg zehn Siege in Folge. Und ja, Saarbrücken hat jetzt drei Siege in Folge, haben es jetzt so ein bisschen in der eigenen Hand auch. Auf jeden Fall, ja, den Relegationsplatz mindestens mal zu sichern. Und ja, da bin ich wirklich gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Man hat da natürlich noch einige schwere Spiele vor sich. Wir wissen es alle in der dritten Liga. Da weiß man bei keinem Spiel, wie es so zu 100 Prozent, wie es ausgehen wird. Und ja, bin ich wirklich mal sehr, sehr gespannt, wie dann so die nächsten zwei Spiele ablaufen werden. Danach werde ich nochmal eine Einschätzung geben, wie ich dann das Aufstiegsrennen sehe. Aber ja, auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Sieg für Saarbrücken, um oben dran zu bleiben, beziehungsweise jetzt ist es wirklich, den Relegationsplatz auch in der eigenen Hand zu haben. Denn Dynamo Dresden, die schaffen es wieder nicht zu gewinnen. Und das trotz einer eigentlich ordentlich bis teilweise sehr guten Leistung. Denn Freiburg 2, muss man sagen, auch sehr Ersatzgeschwächt gewesen. Al-Ghadoui gelb-rot gesperrt, Rüdlin und Lienhardt gelb gesperrt. Und Maximilian Bräunig war bei den Profis im Kader, wurde auch kurz vor Schluss eingewechselt. Und ja, dementsprechend sehr, sehr Ersatzgeschwächt. Die Freiburger Dresden mit einigen hohen Ballgewinnen im Spiel, weil die Freiburger da immer sehr, sehr fehleranfällig waren. Und ja, trotz all dem, trotz dem, dass man viele Chancen hat, ist es im Endeffekt so wieder wie immer gewesen eigentlich. Der Gegner mit einem Schuss treffen sie praktisch aus der Distanz, der dann noch abgefälscht wird von Kutschke durch die Beine ihm geht. Und ja, also maximal unglücklich, während man selbst einfach nur ein Tor hinbekommt bei diesen ganzen Chancen. Und das war auch noch eine Einzelaktion von Zimmerschied im Prinzip, der dann aus der Distanz abschließt. Das ist auch so ein bisschen das Problem bei Dresden. Und weshalb es für mich auch kein Zufall ist, dass sie ja generell so viele Chancen immer wieder vergeben. Aus meiner Sicht ist das praktisch systembedingt. Dadurch, dass die Außenspieler immer sehr, sehr isoliert sind von den Zentral-Milfeld-Spielen. Also sehr, sehr große Lücken aufklaffen bei Dresden. Ist es so, dass sehr, sehr viel auf die Flügelspiele einfach ankommt. Und ich glaube, das ist gerade für Jakob Lemmer nicht das ideale Spielsystem. Der kommt da für mich nicht wirklich zurecht. Auch ein Borkowski profitiert da nicht davon, der ja auch so ein halber Stürmer ist. Und ja, das führt einfach dazu, dass sehr, sehr viel von den Flügelspielern abhängig ist, dass die Situation irgendwie kreieren. Die Mittelfeldspieler sollen das praktisch nur so ein bisschen einleiten, statt dass es da Kombinationen gibt, wodurch dann vielleicht auch die Flügelspieler oder der Stürmer mal alleine vor dem Torwart auftauchen. Solche Szenen gibt es bei Dresden verhältnismäßig selten oder in wenigen Spielen nur. Stattdessen profitieren sie dann zum Beispiel in dem Spiel von einigen Fehlern der Freiburg, können die dann auch nicht nutzen. Und im Prinzip ist es auch egal bei Dresden, egal wie die Spiele laufen in den letzten Monaten, sie gewinnen sie einfach nicht. Also es ist immer wieder dasselbe, dass der Gegner mit wenigen Chancen trifft und sie selbst gefühlt 100 Chancen brauchen für ein Tor. Und aus meiner Sicht bedarf es da dringend, dieses, ich sag jetzt mal, polemischen Impulses, dass man da wirklich jetzt den Trainer entlässt und dann irgendeinen Trainer, der vielleicht eine gewisse Souveränität ausstrahlt, der vielleicht auch einen etwas einfacheren Fußball spielt, der ein bisschen mehr auf Kompaktheit ausgelegt ist. Ich denke, das würde Dresden in der Situation gut tun, denn man hat auch nach dem 1 zu 1 gemerkt, dass das schon ein ganz schöner Nackenschlag war und die zweite Halbzeit war dann auch nicht mehr ansatzweise so gut wie die erste. Und ja, deswegen hat man es dann einfach nicht mehr geschafft, dieses Spiel zu gewinnen, obwohl man wirklich hoch überlegen war. Und das ist bei der Anzahl an Spielen, die das jetzt in der Rückrunde schon der Fall war, ist das einfach kein Zufall mehr. Aus meiner Sicht ist jetzt die Frage, wird man da vielleicht noch reagieren? Hat jetzt nach einem Spiel wie Viktoria Köln, auch das ist eigentlich ähnlich, wie es eigentlich das da Brückenspiel war, nach deren Pokalspiel. Eigentlich ist es zu Drittliga-Verhältnissen, ist das eigentlich ein Freilos? Also da, einfacher wird es einfach in der dritten Liga nicht, das ist einfach so. Und weil die Viktoria ja auch immer wieder ersatzgeschwächt ist und die muss man eigentlich jetzt zu Hause schlagen. Das sollte auch, wenn man jetzt Markus Anfang nicht entlässt, wovon ich jetzt auch ausgehe, es gibt da jetzt kein wirkliches Anzeichen dafür, dass man es jetzt ausgerechnet macht. Das muss dann ja der letzte Schuss vor dem Bug sozusagen sein, denn man hat ja immer noch den dritten Tabellenplatz, man hat immer noch eine relativ gute Chance aufzusteigen, denn die Relegation gewinnt ja häufig auch der Drittligist. Aber die muss man dann aus meiner Sicht jetzt auch nutzen, denn ja, der Glaube daran, dass man beispielsweise bei einem Klassenfahrt bleibt, dann in der nächsten Saison mit Markus Anfang dann auf einmal ja eine von Anfang bis Ende überzeugende Saison spielt, ja, ich weiß nicht, ob das nicht eher eine Nebelkerze ist. Und ja, aus meiner Sicht sollte man da wirklich einfach reagieren, um dann auch wieder die Köpfe irgendwie bei den Spielern freizukriegen, denn die sind auf jeden Fall gerade das mit Abstand größte Problem. Ja, kommen wir dann zum neuen Tabellenzweiten, die zuvor Tabellenführer war, nämlich Jan Regensburg, die in einem für sie sehr, sehr schwachen Spiel, muss man ganz ehrlich sagen, die Note für Gebhardt, eine 1,5, sagt auch schon sehr, sehr viel aus. Am Ende doch noch einen Punkt mitnehmen, über den sich 60 München auf jeden Fall extrem ärgern muss, denn sie waren die ganz klar bessere Mannschaft. Alleine Finn Lakenmacher hatte zwei Riesenchancen, einen Lattenkopfball noch von Glück beispielsweise. Also es gab wirklich mehr als genug Chancen für 60 München, dieses Spiel bei Regensburg zu gewinnen. Und ja, bei Regensburg ist es im Endeffekt das, was wir in den Hinrundern schon häufig gesehen haben, dann reicht eben eine Standardsituation, ein Eckball von Kota, von rechts so ein Hut köpft ihn dann ein, weil Michael Frey da einfach nicht vernünftig in den Zweikampf geht. Und so geht das Spiel dann 1-1 aus. Und das ist auch wirklich so dieser schöne Kontrast zu Dynamo Dresden, die viel, viel besseren Fußball spielen, die sich viel mehr Chancen erarbeiten. Aber Regensburg ist einfach so diese effiziente Mannschaft, die Mannschaft, die bis zum Schluss immer an sich glaubt, egal wie schnell das Spiel läuft. Und ja, so war es dann ja und in dem Spiel, haben sich dann glücklich mit dem Punkt belohnt. Und das ist ein Punkt, den nimmt man aus Regensburger Sicht auf jeden Fall extrem gerne mit. Denn wenn man ein richtig schlechtes Spiel sogar macht, der sich sehr, sehr viel zulässt. Und dann doch noch einen Punkt gegen ja eine grundsätzlich auch gute Mannschaft von 60 München dann einfährt. Dann kann man damit an dem Tag auf jeden Fall einen grünen Haken dahinter machen. Das passt auf jeden Fall für sie. Ja, ein wichtiger Punkt dann auch. Denn jeder Punkt jetzt in der Endphase der Saison, der zählt einfach gerade im Aufstiegsrennen. Und ja, für sie einfach ganz, ganz wichtig, dass sie jetzt ihre ungeschlagenen Serie, die sie jetzt wieder so ein bisschen aufbauen, aus der letzten drei Spiele, dass sie die eben weitergeführt haben. Ja, kommen wir dann noch zum Tabellenführer, beziehungsweise erneuten Tabellenführer, nämlich dem SSR Ulm. Das waren sie an dieser Saison schon das ein oder andere Mal. Und sie haben im Prinzip genauso gespielt, wie sie vor allem in der Rückrunde sehr, sehr häufig spielen. Defensiv absolut kompakt, auch tief stehend. Also haben auch da ein bisschen vielleicht auch auf Münster so ein bisschen reagiert, dass die ja mit Badmars und Grodowski zwei sehr schnelle Stürmer vorne haben, die sie eben auch immer wieder mit langen Bällen füttern wollen hinter die Abwehr. Das haben sie auf jeden Fall sehr, sehr clever verteidigt, sodass beispielsweise Grodowski sehr, sehr oft versucht hat, auch über den Flügel irgendwie was einzuleiten, was ihm dann auch nicht gelungen ist, weil Ulm ihn dann teilweise gedoppelt oder getrippelt hat, also mit drei Mann dann draufgegangen ist. Und da ist Grodowski dann eigentlich immer hängen geblieben. Es gab eine Riesenchance durch Badmars, als er da einen Pass abläuft, einen zu kurz geratenen Pass Richtung Torwart, dann allerdings eine falsche Schusstechnik anwendet. Da muss er so mit der Picke den Ball praktisch so ein bisschen andrehen, Effet drauf geben, dass er dann Richtung Torlinie rollt. Also Leute, die Fußball gespielt haben, die wissen, glaube ich, ziemlich genau, was ich meine. Nimmt ihn dann mit der Innenseite, geht dann vorbei, ansonsten war es aber Ulm, die das Spiel einfach clever runtergespielt haben. Am Anfang die eine Szene, als Jensa in den Ball ein bisschen nach vorne trägt, über links, dann ein Haken schlägt in die Mitte, Flanke auf den zweiten Pfosten auf Hiegel, bei dem dann Uwe Japp war da verteidigt. Das ist auch ein eindeutiges Mismatch. Und ja, dementsprechend die frühe Führung, die dann eben Ulm auch einfach diese Kontrolle und Sicherheit gegeben hat, die sie dann gebraucht haben. Und sie haben praktisch Preußen Münster den Ball gegeben und sie immer wieder gegen die Wand laufen lassen. Und ja, Münster ist da nicht genug eingefallen, um dann an dem Tag das Spiel zu drehen. Man muss dazu sagen, es gab noch eine schrittige Szene, bei der es dann im Endeffekt anhand der Fernsehbilder Elfmeter hätte geben müssen, weil Grudowski da vom Torwart Ohrtag gefällt wurde. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich dem Schiedsrichter da keinen Vorwurf mache, weil er eben nur die Sicht aus, ja, eben seine Sicht hat auf die Szene. Er sieht da nur, dass es da irgendwie einen Zusammenprall gibt. Das ist da sehr, sehr schwierig für ihn zu beurteilen in der Kürze der Szene oder in den wenigen hundertstel Sekunden, in der die Szene dann passiert. Ob es dann praktisch vom Torhüter ausgeht oder vom Spieler ausgeht, dieses, ja, dieser Kontakt beziehungsweise dieser Zusammenprall, wer da irgendwie den Ball noch spielt und so weiter und so fort, das ist eben wirklich schwer zu entscheiden und da will man dann eben vielleicht in der Szene dann auch nicht plötzlich dann Elfmeter beispielsweise geben, wenn man sich nicht sicher ist. Das kann ich persönlich relativ gut verstehen. Ist auch so eine Szene, die man sich, glaube ich, mehrmals anschauen muss, bevor man da zu einem finalen Urteil kommt. Und ja, im Endeffekt eine Szene dann noch, eben ein Eckball, den man dann verwertet zum 2 zu 0 und ja, typisch SSV-Ulben in der Rückrunde, die einfach immer wieder wie eine Spitzenmannschaft auftreten, die Dinge souverän runterspielen und das haben sie auch in diesem Spiel gegen einen direkten Verfolger gemacht und das, ja, zeigt für mich einfach einmal mehr, wenn wir uns auch hier die Tabelle anschauen, dass wir damit den ersten Aussteiger im Prinzip auch schon, ja, verkünden können, dass der SSV-Ulben eben aussteigen wird. Die werden noch diese zwei Siege holen, die sie brauchen. Ich denke, mehr wird gar nicht nötig sein, bei dem, was die Konkurrenz so spielt. Die müssten dann schon auf jeden Fall die restlichen Spiele alle ungeschlagen bleiben und mindestens vier Spiele gewinnen. Ich glaube nicht, dass da von Saarbrücken, Münster und Dresden eine Mannschaft davon darunter ist. Das könnte ich mir am ehesten noch bei Dresden vorstellen, wenn es da wirklich diesen Trainer-Effekt noch mal geben sollte. Aber der ist aktuell auch nicht in Sicht. Ansonsten haben wir da ein Verfolgerfeld ab Platz 7, wobei ich da, wie gesagt, immer wieder auch gerne Sandhausen exkludiere, weil die für mich da einfach sportlich nicht gut genug sind, um das zu schaffen. Ja, Saarbrücken gerade so mit dem Momentum. Da müssen wir dann mal ein bisschen abwarten, wie da noch die restlichen Spiele so aussehen bei ihm. Die spielen ja jetzt unter anderem nächste Woche, unter der Woche zu Hause gegen Rot-Weiß-Essen, das Nachholspiel. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel. Bei RWE ist es eben so, durch die Verlässung jetzt von Marvin Obos, da muss man jetzt abwarten, wie lange das sein wird. Aber von drei Wochen kann man da mindestens wahrscheinlich mal ausgehen, bei dem, was er auch erzählt hat, dass er starke Schmerzen hat. Das ist eben jetzt eine dieser fünf Säulen, die jetzt wegfällt. Auch im nächsten Spiel dazu noch fünf, mit der fünften gelben Karte, Lukas Brumme. Da fehlen dann drei dieser fünf Säulen, neben Scharpina, Götze und Goels noch dazu. Das ist eben genau das Problem bei RWE, dass dieser Erfolg auf wenigen Säulen praktisch beruhte. Wenn die dann ausfallen, denke ich nicht, dass die dann wirklich noch die Qualität haben, um dann so viele Mannschaften einfach hinter sich zu lassen, die ja da im Dunstkreis sind. Das glaube ich persönlich dann nicht. Deswegen entscheidet es sich aus meiner Sicht, der dritte Tabellenplatz zwischen Dresden, Münster und Saarbrücken. Und da ist dann im Endspurt auch wirklich alles möglich. Also da würde es mich nicht mal wundern, wenn Dresden jetzt wirklich von den letzten fünf Spielen auf einmal vier gewinnt, eins unentschieden spielt. Oder Preußen Münster nach den zwei Niederlagen jetzt auf einmal doch wieder ein One fährt und auf einmal die nächsten drei Spiele gewinnt. Da ist wirklich alles möglich. Da will ich gar keine große Prognose abgeben. Zumindest nicht aktuell. Das werde ich vielleicht noch vor den letzten drei Spielen dann nochmal machen, wenn man dann wirklich so dieses Ziel auch wirklich in Sicht hat. Und unten ist für mich alles geklärt. Also ich traue da Halle nicht zu. Diese im Endeffekt sieben Punkte, die man aufholen muss, aufgrund des deutlich schlechteren Torverhältnisses, traue ich ihnen nicht zu. Gerade dadurch, dass Bielefeld und Mann einem jetzt eigentlich auch konstant Punkte holen, kaum noch Spiele verlieren. Und ich denke, die werden beide zumindest noch einen Sieg holen und einen Unentschieden. Also da müsste Halle elf Punkte holen aus fünf Spielen. Und ja, das traue ich eben bei der Defensive einfach nicht zu. Ich denke, da wird eine Niederlage und ein Unentschieden wird da mindestens noch passieren aus der Lensersicht. Und dann holt man eben nur 42 Punkte maximal. Und selbst die, denke ich, werden nicht reichen. Deswegen gehe ich sehr, sehr stark davon aus, dass wir unsere vier Absteiger gefunden haben. Und apropos gefunden, jetzt haben wir auch ein Ende des Videos gefunden. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder einschaltet. Lasst dafür gerne ein Abo da auf dem Kanal. Ansonsten ein Like auf dem Video, wenn es euch gefallen hat. Und lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Insbesondere zum Ausstiegskampf, wie ihr da so die Karten seht, wer da die Besten hat für die nächsten Wochen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao.